Das Pony haben wir jetzt zurückgelassen und sind zehn Minuten mit dem Auto gefahren unterhalb von der Burg Bert-Wartstein bei Erlenbach und laufen jetzt den Weg zu einem Weier, dem Seehof-Weier und schauen uns das mal an. Querfeld ein, runter zum See, ziemlich weit runter jetzt, schauen wir mal. Musik 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 Das war's. Wir sind jetzt unten am See und hier ist auch eine schöne Liegewiese und da kann man schön außenrum laufen und die Kinder können Steine und Stöcke reinwerfen ins Wasser. Der Marlon hat eine Lebensstelle entdeckt und hat Lebenskugeln gebaut und die Kinder hatten hier jetzt ganz viel Spaß am Wasser. Das war's. Das war's. Wir laufen jetzt auf einem kleinen Verbindungsweg zwischen dem See auf die andere Seite vom Ufer und dann wieder zurück. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020